Oh, hallo! Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Und zwar, wir haben ja in der letzten Folge des Chromie-Castes schon mal, bevor wir wieder eine Stunde mit Maurice in der Lore verfallen sind, über die Inklusion von World of Warcraft gesprochen. Momentan ist es ein ziemlich, oder die letzten Monate, ist es mit dem Neuerschein vom letzten Teil Elden Ring, wenn ich das richtig, ich bin da nicht in diesen Spielen drin, aber damit kam so ziemlich eine Diskussion auf Inklusion in der Spielebranche oder in Spielen generell. Und zwar war da jetzt das Thema, Elden Ring ist ja so dafür bekannt, oder diese ganze Reihe da ist so bekannt, für ihren Schwierigkeitsgrad, ne? Dark Souls, das ist so, das sind diese schweren Spiele und da braucht man viele Anläufe und viel Sterben und all sowas. Und da kam dann diese Diskussion auf, ob es denn ein Problem wäre, dort auch einen Easy-Mode einzubauen. Und generell gibt es ja auch immer mal wieder Diskussionen, die in den letzten Jahren tatsächlich erst an Fahrt richtig aufgenommen hat, für Leute mit Behinderungen oder sowas, diese Spiele einfacher zu gestalten, Sachen zu gestalten und sowas. Und da holt jetzt der Mobile einfach mal ein bisschen aus und erklärt einfach, was denn Inklusion in dem Sinn überhaupt bedeutet. Weil ich möchte da nichts Falsches sagen, ich bin da so ein ziemlicher Depp, was sowas angeht. Ja, danke. Ja, das Thema ist auch ein bisschen umfangreich und ein bisschen schwierig zu erklären, deswegen muss ich ein bisschen ausholen. Also zunächst einmal, der Begriff kommt auch aus der Soziologie zum Beispiel. Da geht es eben darum, dass Menschen oder Menschengruppen von bestimmten Aktivitäten oder der Gesellschaft an sich nicht ausgeschlossen werden sollen. Also sollen inkludiert werden in die Gemeinschaft. Das ist quasi das Gegenteil von Exklusion, Ausschluss. Es geht also im Prinzip darum, Menschen einzuschließen. Der Fokus in der Soziologie und in vielen anderen Bereichen, ich sage mal gerade, viele haben das schon mal gehört, im Bereich Bildungswesen, Schulwesen, da werden die Förderschulen großflächig aufgelöst und die Kinder werden sozusagen in die normalen Klassen überführt und werden mit normalen Schülern, nochmal bitte jetzt nicht negativ verstehen, gesunden anderen Schülern zusammen beschult, um sozusagen Barrieren abzubauen und vielleicht auch die Leute besser zu fördern und dafür zu sorgen, dass ein besseres Miteinander quasi passiert. Im Gaming-Bereich wiederum reden wir auch von zwei verschiedenen Sachen. Zum einen geht es eben auch darum, dass man Leute mit Behinderungen besser integrieren kann, dass man ihnen Chancen und Modi und halt Spielmechaniken bietet, die es ihnen ermöglichen, auch teilzunehmen am Spielen. Das klassische Beispiel ist natürlich Rot-Grün-Schwäche oder Farbblindheit und so weiter. Da gibt es auch zum Beispiel in WoW verschiedene Einstellungen in den Optionen, um sich da heranzukonfigurieren. Aber Inklusion geht auch so weit, dass auch Menschen, die jetzt keine Behinderung haben, aber zum Beispiel durch ihr Privatleben oder durch andere Grundvoraussetzungen, sag ich mal, Vorbedingungen haben, trotzdem am Spiel teilhaben können und trotzdem denselben Spaß am Spiel haben können. Da geht es zum Beispiel darum, Leute, die einen Job haben, ja, viel unterwegs sind, vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich Zeitpläne zu machen, zu raiden. Dass die halt trotzdem möglichst viel von dem Content mitbekommen. Und da liegt auch so ein bisschen unser Fokus heute drauf. Der Punkt mit den Behinderungen ist auf jeden Fall auch wichtig und der wird vielleicht auch teilweise angeschnitten werden von uns. Aber uns geht es im Allgemeinen auch darum, dass alle Spielerinnen und Spieler angesprochen werden und eine gemeinsame Spielerfahrung für alle Spieler da ist. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich denke schon und gerade so dieser letzte Satz von dir, wenn ich den jetzt von irgendjemandem hören würde, würde ich sofort sagen, World of Warcraft, sofort. Ja, auf jeden Fall. Würde ich sofort sagen, weil ich kann, ich kenne kein Spiel, ich war die ganze Zeit gerade am überlegen, während du auch erklärt hast, ich war die ganze Zeit am überlegen, in welchem Spiel, gut, ich spiele momentan in den letzten Jahren nicht unglaublich viele unterschiedliche Spiele, nur mal meine Ausflüge, Command, Conquer, Anno und all sowas, aber mir fällt auf Anhieb kein Spiel ein, was derart viele Menschengruppen inkludiert. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen gehoben sprechen hier, schmeiß mit Fachbegriffen um mich, aber ich kenne kein anderes Spiel, was dermaßen viele Menschen vereint in einem Spiel, wo alle wirklich alles können. Und ich muss direkt, direkt, wirklich direkt zum Anfang, muss ich und das ist mir wirklich erst die letzten Wochen so richtig klar geworden, dieses Feature, weil ich mich damit auch mehr beschäftigt habe. Und ich muss sagen, das ist mit einer der genialsten Schachzüge von Blizzard seit wirklich langem. Und zwar die Schöpfungskatalysator-Konsole. Viele werden jetzt sagen, warum Inklusion? Und ich finde, das ist der mega Inbegriff von Inklusion. So, neben dem LFR, der LFR, finde ich, das war so der erste große Steinwurf von Blizzard, sag ich mal, in diese Richtung. Aber die Schöpfungskatalysator-Konsole, finde ich, ist ein unglaublich super gutes, tolles, mega Feature in World of Warcraft. Für die Leute, die es nicht wissen, was das ist, sie wird wahrscheinlich jetzt, wenn ihr den Podcast hören könnt, in der nächsten ID dann rauskommen. Wahrscheinlich, wir wissen, das ist noch nicht safe. Und zwar könnt ihr dann in Seraph Mortis... Genau, 13. Ja, genau, 13. Aber wer weiß, man halt nicht. Wenn ihr übrigens darüber was wissen wollt, chromie.de, Patch 9.2-Übersicht, Schöpfungskatalysator, Konsole-Guide, da findet ihr dann auch noch alles. Und zwar ist dieses ein System, ein Feature, mit dem ihr alle Gegenstände epischen Ursprungs aus Season 3, also der aktuellen Season, wo wir sind, könnt ihr in ein T-Teil umwandeln. Und vor allem nicht nur in ein T-Teil, sondern auch von diesem Set in das entsprechende Transmog-Vorlagenteil umwandeln. Das heißt, ihr habt einen Rare Drop, einen Legendary Drop in Seraph Mortis, das könnt ihr umwandeln. Ihr habt ein Item aus der M+, aus der M0 oder für die sandgeschliffenen Relikte zum Beispiel, das könnt ihr alles umwandeln in ein T-Teil. Und dann gibt es natürlich schon noch die unterschiedlichen Gegenstandsstufen. Das heißt, wenn ihr jetzt lowere GS-Sachen benutzt, dann könnt ihr es in ein LFR-Teil umwandeln, in ein NHC, mit höheren Halt natürlich in ein HC. Und wenn ihr zum Beispiel nur M+, lauft und ihr lauft an der M+, 15 und bekommt dann ein 278er-Teil, dann könnt ihr es sogar in die Möfeck-Variante des Sets umwandeln. Das heißt, nicht nur für die Transmog-Farmer, sondern auch für die Leute, die halt die Tier-Sets nachfarmen wollen, und, und, und. Das Ding ist super. Auf jeden Fall. Also, ich sehe es ja zum Beispiel jetzt bei mir, ich sage mal, ich habe jetzt das Problem, ich raide so gut wie gar nicht. Ich spiele halt so ein bisschen mein Solo-Game, mache ein bisschen den Seraph's Mortals und so weiter. Ab und zu vielleicht mal eine Instanz. Und ich hätte halt einfach keine Chance, an irgendein Set zu kommen, unter normalen Umständen. Naja, gut, wenn du eine M+, 2 machst, hast du eine Kammer und in der Kammer kann natürlich in der Zeit schon, äh, kann da natürlich, ähm, ein T-Teil drin sein. Das geht ja auch, ne? Es können ja T-Teile jetzt, ähm, als M-Plus-Loot kommen. Ähm, das geht auch. Aber ja, natürlich ist mit dieser Katalysator-Konsole so und, äh, vor allem, du kannst es erstmal einmal die Woche dir ein Zettel herstellen, äh, ein Teil herstellen, dann lädt die sich wieder auf. Aber in ein paar Wochen, Monaten soll es so sein, dass man das täglich machen kann. Sprich, dass dann vor allem die Transmog-Farmer sich die unterschiedlichen, also aus LFR, aus NAC, alle Transmog einfach farmen können. Und zwar geht's dann nicht nur für die T-Teile, ähm, also Brust, Kopf, Schultern, Hände und Hosen, sondern ihr könnt halt auch Umhänge, Armschienen, Gürtel und Schuhe ebenfalls umwandeln, sodass ihr das gesamte Set voll bekommt, vom reinen Aussehen her. Und ich dachte, ich finde, das ist ein Meilenstein in World of Warcraft. Ja, richtig, richtig gut. Auf jeden Fall. Und das macht, das ist wirklich ein Feature, was Spaß macht. Es kommt, meines Erachtens, das geht auch, glaube ich, ein bisschen die Kritik so hin, ein bisschen spät. Es hätte gerne ein, zwei Wochen tatsächlich früher kommen können, aber ich glaube, dieses Mal hatten wir eine ziemlich weirde Zusammenstellung. World First Race, wie sind die Sachen rausgekommen? Erste Mal die letzten Endbosse, ähm, ohne Tests, dann Double Legendary. Ich glaube, das war für die Designer, ähm, der Schlagzüge, eine ganz schwierige Sache, generell schon, plus dieses Feature dann noch, was ja auch das erste Mal jetzt kommt. Ähm, ja, ja, aber an sich, ähm, ist es, sollte diese Kritik das Feature nicht überschatten, denn dieses Feature ist genial. Ne, ja, auf jeden Fall, also das sehe ich auch so. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, dass es ein paar Wochen später ist, ganz ehrlich. Wie gesagt, es ist, ich sag mal, es ist ja hauptsächlich für, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Leute wie mich, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich so selten, wie ich spiele, oder so wie ich Content konsumiere, ähm, ganz ehrlich, da reicht es mir auch, wenn ich das Set in vier, fünf, sechs, sieben Wochen voll habe. Ja, gut. Da geht's, die Kritik kommt da eher von Leuten, die halt hochrangig M Plus spielen und gerade M Plus Pushens, ähm, dass sie halt Keystone Master und höher halt kommen. Und da kann es durchaus frustrierend sein, wenn man ein bisschen Pech hat, denn in den höheren Instanzen ist natürlich irgendwo der Setboni ein Muss, weil er einfach verdammt stark ist. Und die Leute, die halt mehr Glück hatten, können eher höher pushen, als die Leute, die weniger Glück hatten, aber vielleicht trotzdem gutes Können haben. Denn da kommt es tatsächlich, wie wir sonst sagen, ähm, ja, wenn du Plus 20 spielst, musst du es halt auch können und wenn du es kannst, dann kannst du es auch spielen. Hm, nein, du brauchst die T-Teile, um hoch zu pushen. Und, ähm, dafür, da ist es natürlich schon ein bisschen doof, dass es jetzt so spät kommt, weil da schon ein ziemlicher Gap zwischen den Spielern entstanden ist oder entstanden sein kann. Ob es hundertprozentig vonnöten ist, weiß ich nicht, dafür spiele ich zu selten da oben. Müsste man mal mit unseren Partnern sprechen, die da oben in dieser dünnen Luft spielen. Ähm, aber da kann ich die Kritik wirklich nachvollziehen. Es wäre eine gute Bad Luck Protection gewesen, damit wirklich alle irgendwie die Chance haben, relativ schnell oben mitzuspielen. Aber gut, ähm, wir können uns erst mal freuen, dass so ein Feature überhaupt kommt. Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, ja. Die Frage ist nur, ob sie das so beibehalten. Das kommt jetzt wahrscheinlich darauf an, wie gut es ankommt, ne? Ja, es sieht sogar gerade so aus, ich weiß nicht, ob du schon weißt, aber es sieht so aus, als ob die so ein Ding sogar noch mehr einfügen oder noch einen Schritt weiter gehen. Auf Patch 9, 2, 5, ähm, haben wir gerade eben so ein Item. Und zwar, wir wissen ja, in Patch 9, 2, 5, in der Season 4, werden die alten Raids auf den neuen Stand gebracht. Das heißt, ähm, Carthanafria, Sanktum der Herrschaft und Mausoleum der Ersten werden alle auf einen Item-Stufe gebracht, sag ich mal, auf einer Schwierigkeits-, aktuellen Schwierigkeitsstufe. Und es wurde ein Item gefunden, womit man, ähm, NHC-Sachen zu HC-Sachen aufwerten kann und wahrscheinlich HC-Sachen zu MÜV-Sachen aufwerten kann. Ähm, und das nur durch Sammeln, durch Legen von Bossen. Das heißt, wenn ich jetzt LFR spiele, kriege ich diese Gegenstände, sammle sie, kann sie zu diesem, ähm, wenn ich genügend davon habe, kann ich dann halt einen NAC zur HC machen. Also anscheinend gehen die da noch mal eine Schippe weiter, was dann Gearing betrifft, was halt auch irgendwo cool ist, um aufzuholen. Also so ein bisschen wie ein Markensystem quasi, mit dem man sich dann, ich sag mal, sowas, sowas ähnliches kaufen kann wie damals in Eiskrone. Genau, genau. Da gab es ja dann, genau. Also, finde ich, finde ich an sich nicht schlecht. Aber ich meine, wenn wir reden halt, oder wir wollten hier heute, glaube ich, auch vieles über andere Themen reden. Ich glaube, da gibt es keine Kritik. Na, also diese Schöpfer-Konsole, da gibt es keine Kritik. Ich glaube, abseits von dem Zeitpunkt, wann es kommt, wird es, glaube ich, durchweg von der gesamten Community gefeiert und es ist ein mega Schachzug. Dann gibt es aber auch andere Sachen, die Inklusion beinhalten und die auf Kritik stoßen, wo wir ja auch letztes Mal dann schon ein bisschen darauf angesprochen haben, und zwar so zu dem Magiaturm und zwar zurückbringen des Magiaturms. Das stößt momentan ziemlich hart auf Kritik und ich muss sagen, was ich ziemlich komisch finde, haben ja so viele darauf gepocht, bringt den Magiaturm bitte dauerhaft, bringt den dauerhaft, bringt den dauerhaft und wenn man mal so die letzten anderthalb Wochen auf Twitch geschaut hat oder auf Twitter oder sonst was, sieht man einfach keinen Magiaturm. Da ist einfach keiner. Naja, weil es jetzt ein Ding ist, was permanent da ist. Ich verstehe das Problem. Ich bin auch noch nicht drin. Ich wollte unbedingt rein und ich bin auch einer derjenigen, der sagt, bitte bring es dauerhaft und ich war noch nicht drin, aber einfach aus dem Grund, weil ich mir sage, ja, ich habe jetzt gerade noch mehr mit dem Schlagzug zu tun, Gilde Raiden, Community Raid und sowas und da habe ich in drei Wochen auch noch Zeit für. Jetzt kann ich es sagen. Ich finde, das ist kein Problem, sondern jetzt kann ich es sagen. Jetzt habe ich keinen Druck dahinter und kann sagen, mache ich in drei Wochen meinen Fokus liegt jetzt auf den Raid, dass ich dahinter herkomme, meine Gilde unterstütze und den Community Raid halt da auch gut performen kann, dass wir da mit der Community viele Bosse dingen. Jetzt kann ich es sagen, dass ich das erste drei oder vier Wochen mache, wenn ich meine Zeit habe und mich in Ruhe da ransetzen kann. Ich finde es schön. Ja, ja, aber ich verstehe das Problem. Du hast ja dadurch, dadurch, dass kein Druck mehr da ist, ist der Reiz auch vielleicht ein bisschen abgeklungen, muss man vielleicht auch sagen. Also ich könnte ja jetzt auch rein, aber ich mache es tatsächlich auch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht genau, warum, weil ich mir denke, ich kann ja jederzeit rein. Ja, aber ich muss aber auch sagen, guck mal, wo der Magierton das erste Mal zurückgekommen ist, diese drei, vier Wochen, habe ich ja auch erst in der letzten Woche tatsächlich angefangen damit, weil vorher war ich halt mit den ganzen, auf Chromie, mit den ganzen Patch-Sachen und so was und da habe ich es wirklich hinten angestellt und habe mir gesagt, okay, es kommt in drei Monaten wieder, mache ich es da. Habe dann noch geschafft, okay, den Mage machen wir halt noch, den Mage habe ich dann noch fertig gemacht, habe dann noch eine zweite Klasse fertig gemacht, aber er hat mir da jetzt auch nicht so, boah, ja, der ist jetzt da und jetzt muss ich alle sieben Klassen irgendwie durchbrödeln, damit ich am Mount habe und so, auch da habe ich mir schon gedacht, ja, mache ich in drei Monaten. Dass es jetzt dauerhaft da ist und ich es wirklich völlig frei entscheiden kann, finde ich natürlich sehr geil. Ja, aber die Kritik geht ja auch, ich meine, das ist ein Kritikpunkt, aber die wahre Kritik geht ja auch ein bisschen eigentlich in eine andere Richtung an der Stelle. Die geht ja eher dahin, dass man sagt, wir hatten ein zeitliches abgestecktes Fenster für den Magierton und es gab Leute, die haben halt alles daran gesetzt, es dort zu schaffen in diesem zeitlichen Fenster und jetzt kommt Blizzard daher und in Anführungszeichen, ja, große Anführungszeichen bitte mitdenken, vereinfacht das jetzt hier, indem sie den Zeitdruck rausnehmen. Das ist ja im Grunde die Hauptkritik. Ja gut, eine der Hauptkritiken. Also ich würde sagen, es gibt zwei Hauptkritiken. Der zweite Hauptkritikpunkt ist generell, dass der Magierturm überhaupt zurückgekommen ist und dass es sowas wie die Bärenform halt nochmal gibt, gerade explizit nur die Bärenform, weil in anderen Sachen sind ganz klar Transmog-Recolors, das hat nichts mit der Artefaktwaffe von damals zu tun, sondern der Bär ist aber die gleiche Form, nur hat eine andere Farbe. Das ist auch mit einer der größten Kritikpunkte, denke ich. Also wenn ich so lese, das ist immer schwierig abzuwägen. Aber ich würde so vom reinen Empfinden, vom Lesen her, wie damals dann, oder wie jetzt vor zwei, drei, vier Monaten das erste Mal der Magierturm wieder zurückgekommen ist oder angekündigt wurde, war das mit ebenfalls einer der größten Punkte, dass da sowas wie die Bärenform zurückkommt. Ja, wir haben das letztes Jahr schon mal so ein bisschen angedeutet. Also ich sehe das tatsächlich überhaupt nicht kritisch. Ich bin da eher gebt den Leuten doch, wenn solange die Challenge bleibt, gebt den Leuten doch den Loot. Der Punkt ist, da muss ich dich direkt sogar noch mal unterbrechen, weil du es direkt angesprochen hast. Der Punkt ist, wenn die Challenge bleibt. Witzigerweise ist, Ende von Legion war es keine Challenge. Denn man konnte damals ja dann mit den legendären Gegenständen, die man dann so hatte und dem Equip, was man hatte, weil damals war es ja nicht skalierend. Und ich weiß, es war um einiges einfacher. Ich kann mich dran erinnern, ich habe mit meinem Demon Hunter es ziemlich am Anfang geholt, habe auch wirklich reingehustelt, habe richtig, das war schwierig, es war wirklich schwierig mit dem Demon Hunter DD und mit dem Tank, ich habe beide so gemacht und es war schwierig auf jeden Fall. Und dann weiß ich aber, meine Frau wollte es irgendwann auch haben und darf bitte jetzt nicht Blizzard weitersagen. Ich habe es auch mal auf mir im PC gemacht, für sie, habe ich mir geholfen. Geboostet, geboostet hat er sie. Er ist es verjährt und sie hat halt komplett andere Zauber gelegt, also die Angriffe anders gelegt, sie hat keine Key Binds, sie hat wirklich nichts wie ich spiele. Ich musste klicken und alles mögliche und komplett ungewohnt spielt. Also für die, die das kennen, wenn ihr mal wirklich komplett anders euren Charakter spielen müsst, die hat natürlich auch nicht mal eine Ausrüstung gehabt und und und. Die hat natürlich gute, relativ gute Ausrüstung gehabt, klar, weil nächstes Tier kam und so ein Shit und ich habe es easygoing im zweiten Anlauf geschafft bei meiner Frau mit ihrem Charakter. Es war halt, ich meine, A, klar, ich hatte natürlich die Erfahrung, weil ich es schon auf meinem geschafft habe, aber B, es war halt überhaupt nicht mehr schwer zum Ende Legend-Legion hin und jetzt ist es definitiv schwierig. Aber das ist doch gerade ein Punkt, der mich dann schon stutzen lässt, wenn ich mir dann Leute anhöre, die sagen, ja, auf gar keinen Fall gibt, auf gar keinen Fall den Leuten die alten Transmox, ne, weil ich mir denke, aber jetzt haben sie doch die Challenge festgeschrieben und in Legion war es doch dann, also deinen, deinen Aussagen nach am Ende einfacher. Ja, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist komplett easy und, äh, Brain-Arf, Clark, kannst du da reingehen und reinjollonen oder sowas, jetzt haben wir alle englischen Jugendwortbegriffe mal eben kurz benutzt, ähm, ja, sondern es war auf jeden Fall einfacher, vielleicht, ich hab nicht alle Klassen zum Schluss hin noch gemacht, also ich weiß nicht, ob es jetzt bei anderen Klassen zum Schluss noch einfacher wurde oder schwierig war oder sowas, auf jeden Fall, ähm, aber es war auf jeden Fall um einiges einfacher als am Anfang, klar, weil halt kein Gearscaling drin war, was jetzt da ist. Mhm, also, aber wie gesagt, dann hab ich umso, muss ich ehrlich sagen, umso weniger Verständnis für diese Leute, die meinen, ja, weil es ist halt einfach, die Zeit, die du damals hast hast, sie waren zu einer Zeitpunkt X, waren sie an Ort Y, das ist ihr einziger Vorteil, den sie haben, gegenüber anderen Leuten, die heutzutage spielen. Vor allem musst du auch sagen, der Zeitpunkt war lang, der Zeitpunkt war lang, wenn du überlegst, wann kam der Magierturm rein, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, wer kam mit der verhärten Küste? Die verhärte Küste war der, hm, X1er oder X2er? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kam ja dann noch, ähm, X3, ne, also, was ist das? 7, ne, 7, 7, 3, ähm, mit Antorus, neuer Raid, alles möglich, genau, der kam mit, gerade mal des Sagäres, kam der Magierturm rein, das heißt, ähm, X2, 7, 2, und dann kam er noch, 7, 3 mit Antorus, ein ganzes Raid hier, und dann natürlich die Mid-Season noch, also der, der Bereich von, ähm, ja, Antorus bis die neue Erweiterung kommt, das ist natürlich schon ein ziemlich langer Zeitraum, ich hab jetzt gerade, wie gesagt, die Patchverläufe nicht im Kopf, wann, wie kam welcher Patch, aber von, von, natürlich ist der Zeitraum von 7, 2 bis 8, 0 relativ lang, ich möchte mal behaupten, jetzt mal rein aus dem Steg greiflich, ganz grob anpeilen, ohne was zu wissen, es ist mit Sicherheit ein Jahr Zeit gewesen, ein Dreivierteljahr, Jahr müsste es ja fast schon gewesen sein, und findest du, es ist, es ist eine besondere Leistung, zu einem bestimmten Zeitpunkt, das Abo gehabt zu haben? Naja, wenn ich jetzt sag, die Leute, die es in 7, 2, nachdem es rausgekommen ist, und der, der, ähm, der Magierturm aktiv war, möchte ich sagen, ja, ich fand's, find's für mich eine besondere Leistung, dass ich es mit meinem Magier, mit meinem Demon Hunter, mit meinem Priester, damals direkt geschafft habe. Aber es gibt ja keinen Unterschied, es gibt ja keinen Unterschied, ähm, in der, in der Leistung, oder in den Belohnungen, zwischen jemandem, der jetzt in 7, 2, oder dem jemandem, der jetzt in 7, 3, oder später, ja doch, gemacht hat. Nein, nein, die Belohnung nicht, aber der Schwierigkeitsgrad ist unterschiedlich. Genau. Und daher finde ich es für mich ein besonderes, was, was besonderes. Definitiv, weil es war besonders, das da geschafft zu haben. Ja. Ja, ich finde halt so ein bisschen, die Art, die Art, die Art, die Art, die Art, zu locken, ein bisschen. Ich würde, ich würde halt aber auch nicht behaupten, so, ähm, ich muss jetzt damit flexen oder so, das war für mich ja, das war, das ist genau das gleiche wie, ähm, das grüne Feuer für Hexenmeister, Mist of Pandaria. Ähm, ich weiß, ich hab mein letztes Mal, wo ich meinen Hexer gespielt habe, aktiv, war in Raw of the Lich King, und, ähm, da zum Ulduar Raid, hab ich ihn aktiv gespielt, und danach nicht mehr nach dem Ulduar Raid. Danach hab ich ihn immer nur weitergezogen. Der wurde einfach mitgelevelt, und immer wieder mitgelevelt, aber ich hab nie mehr was mit ihm gemacht. Und dann kam in Mist of Pandaria das grüne Feuer, und ich hab mir gedacht, und kurz vorher, war, war, war Mist of Pandaria, war der Film? Ne, der kam während Warlords of Draenor, ne, stimmt, der kam, genau. Ne, auf jeden Fall irgendwas, ich wollte auf jeden Fall, ich hatte ein geiles Hexer-Transport, ich hab ein grünes Feuer für Hexenmeister, so, what the fuck, brauch ich. Und hab einen Hexenmeister, hab meinen Hexenmeister dann weitergelevelt, auf, ähm, Mist of Pandaria Level dann halt, und hab mit ihm direkt diesen Gesundheitsstein, äh, mit dem Teufelsfolianten da zusammengepackt, und bin in den Black Temple rein. Und what the fuck, war das für mich schwer. Es war, weil ich den Hexenmeister wirklich gar nicht mehr beherrscht hab. Das war richtig schwer für mich damals gewesen, und ich fand's total geil. Und ich bin bis heute stolz darauf, und das ist bis heute einer der Punkte, warum mein Hexer jedes Add-on immer wieder weitergelevelt wird, weil er das fucking grüne Feuer hat. Heute kannst du's easygoing nachholen, ist mir auch ganz egal. Also, es ist für alle möglich mittlerweile. Es war damals dann... Warum teilweise? Teilweise. Also ich hatte, ich glaub, Shadowlands kam frisch raus, äh, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Oder es war kurz vor Shadowlands. Auf jeden Fall war, gab's damals noch ein Scaling-Problem. Ja, ja. Und ich bin da reingegangen, hab das, äh, versucht, und ich bin halt heillos gescheitert, ja. Nein, das ist am Anfang eines Add-ons gewesen, ähm, dass du Probleme hattest, ja. Ich hab mir dann, äh, YouTube-Videos angeguckt, ne, und dachte mir so, what the fuck, die machen das halt super easy, klicken die das runter, ne? Ich mach halt irgendwie, weiß ich nicht, ein Zehntel des Schadens von dem. Ja, aber das ist Scaling. Das war halt wegen einem Level-Squish, ne? Ja, ja. Aber du hattest auch schon in Legion, glaub ich, oder in Battle for Earthrod, mal anfangs kurz ein Problem. Da war nämlich auch wegen einem Scaling oder so, aber das ist ja dann behoben. Das Problem ist aber, ähm, es wurde zeitweise ja auch rausgenommen, ne? Also du hattest ja am Anfang, ähm, die Chance, es zu holen, da war es doch relativ schwierig. Also für mich, ich fand's schwierig, ich kenne andere Ex-Meister, die haben gesagt, ja, war easy, aber so hast du es ja auch bei Magier-Turm, und dann war es aber kurze Zeit ganz rausgenommen. Und dann kam's erst wieder rein, glaub ich. Wenn ich mich recht entdeckte, weiß ich nicht. Aber jetzt ist es in der Theorie einfach zu machen. Genau. Klar, jetzt, wenn du dich jetzt natürlich mit dem Level 60 Char, ich sag mal, mit Item Level 200 oder 226, was jetzt ja relativ, relativ einfach ist, äh, sich equippt, dann rusht du da ziemlich durch. Ja. Keine Frage. Und von da an, und das find ich nicht schlimm, aber trotzdem bleibt für mich dieses, dieses besondere Belohnungserfühl, wenn ich mein, wenn ich meinen Hexenmeister mit dem grünen Feuer sehe. Ich feiere das total und find das total geil. Und wenn ich jetzt andere Hexenmeister mit grünen Feuer sehe, dann denk ich mir nicht, aha, vielleicht hat der das ja erst vor zwei Wochen geholt, und der ist halt gar nicht so wert, dieses grüne Feuer zu benutzen. Nein, man denkt mir, cool, du bist auch ein cooler grüner Hexenmeister. Geil, Mann. Egal, wann du das gekriegt hast, so. Aber ich weiß, für mich einfach, ich hab damals richtig reingestruggelt, und ich weiß, es stimmt, es wurde rausgenommen. Genau. Weil ich hab's nämlich vier Tage geschafft, weil ich hab's erst dann nämlich gemacht, als man gelesen hat, dass es rausgenommen wird. Und ich hab's erst vier Tage tatsächlich geschafft, tatsächlich, bevor es nicht mehr zur Verfügung stand. Und ich hab richtig Stress gehabt, Mann. Ich war voll drin und Videos am Gucken und am Zelebrieren, und ich war schon kurz davor, Leute zu fragen, ey, mach mir das mal, Alter, Mann, ich schaff das nicht, so. Weil ich halt einfach keine Ahnung mit dem Hexenmeister nicht klargekommen bin, und ich war so stolz, als ich das geschafft hab, und ich bin bis heute stolz einfach darauf, und ich find's voll cool, dass ich dieses grüne Feuer hab. Würde aber niemals bei einem Anhexenmeister stehen und fragen, wann hast denn du dir das geholt? So, weiß ich nicht. Ich finde halt, solche Klassen-Challenges ist einfach super geil. Ja. Ich kann mich halt noch als Klassiker erinnern, Benedikt schon an das Thema, die Klassen-Quest vom Priester war halt auch super geil. Dann die Jäger-Quest, kann ich mich noch erinnern, da haben die Jäger richtig gestruggelt, um einen Goro-Krater. Also, da waren schon coole Sachen. Ja, und das Schlimme ist ja, eben dadurch, durch solche Sachen, auch in Burning Crusade gab's auch noch teilweise so was, oder in Raw of the Lich King auch, mit dem Schwert, ich komm gerade nicht auf den Namen, Quelle de la, ne, für unterschiedliche Klassen und so was, gab's da immer wieder, und das wurde immer weniger und immer weniger und immer weniger, weil einfach die Community immer mehr so, äh, ich will halt aber auch, aber jetzt haben wir, da, 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 da sind wir jetzt gerade bei einem ganz interessanten Punkt. Inklusion, Exklusion. Wir haben einmal Inklusion, einfach für alle, ja, oder jeder darf es haben und machen, und doch bin ich ein bisschen hier für Exklusion, ich will spezifisch nur für eine Klasse haben. Ist es Exklusion, wenn ich sage, ich möchte nur, dass nur der Paladin oder nur der Hexenmeister das grüne Feuer, also, dass so etwas zum Spiel kommt? Ist es Exklusion? Nein? Nö. Okay, gut. Weil ja, weil ja jedem frei steht, jeder Klasse spielt. Ja, okay, okay, alles klar. Gut, aber dann, trotzdem ist ja der Punkt gewesen, dass, das irgendwie immer wieder von der Community kritisiert wurde, so einzelne Herausforderungen. Merken wir jetzt gerade zum Beispiel Patch 925, die neue Blutelfen-Paladin-Questreihe. Da gibt es anscheinend eine Questreihe. Bislang sieht es so aus, dass sie nur für Blutelfen-Paladine ist. Zumindest das, also auf dem PTR können es gerade viele machen, man geht aber gerade auf dem PTR davon aus, dass Blizzard das einfach für alle freigeschaltet hat, damit eben mehr testen können. In den Daten, im Hintergrund liest man aber, dass es nur für Blutelfen-Paladine ist. Und das ist... Jeder, der was auf sich hält, hat Blutelfen-Paladin. Sowieso. Sowieso. Zwei, drei. Ja. Und da wird schon wieder gemosert, na, was heißt es wird gemosert? Es wird gemeckert, es wird diskutiert, dass, oh, jetzt muss ich mir einen Blutelfen-Paladin hochspielen. Vor allem ist es ja auch an diese Heritage-Armor geknüpft, das heißt, es muss hochgelevelt sein, dieser Charakter. Ähm, muss dann diese Blutelfen-Volksausrüstung gemacht haben und dann, wenn man dann noch Paladin ist, dann kann man eben diese Questreihe spielen beziehungsweise diese neue Ausrüstung und Stangenwaffe bekommen. Und ich finde es total geil. Ich finde es wirklich total geil. Aber trotzdem wird halt darüber diskutiert, dass sowas doch nicht sein darf. Müssen doch alle Blutelfen. Und warum schon wieder Blutelfen? Weil die haben doch schon Volksausrüstung. Ich finde, das ist ja dieses Missgunstthema, ne, also, und ganz ehrlich, das Argument, oh, ich muss mir jetzt im Blutelfen-Paladin hochleveln, bringt halt auch niemandem was, weil letzten Endes ist es doch so, ja, wenn du ein Gottesschild haben willst, musst du dich auch im Blutelfen-Paladin hochleveln. Es gibt halt nun mal nicht alles für jeden. Und ich sag mal, leveln ist ja heutzutage auch überhaupt kein Problem mehr, ne? Ich sag nur, Chromie-Zeit, aha, und wenn du das vernünftig machst und vernünftig organisierst, ich sag mal, wenn du gemütlich levelst, sehr, sehr gemütlich levelst, hast du in 20 Spielstunden 60. Ah, weniger, weniger, weniger. Also die Rekorde liegen gerade bei 6 bis 8 Stunden, ne? Ja, ich mach's auch in 10 ungefähr, so 10 bis 11, so, keine Ahnung. Aber ich sag mal, wenn du gemütlich levelst, die Zeit lässt, deine Berufe vielleicht noch ein bisschen machst, sagen wir 20 Stunden. Aber das ist doch auch nichts. Ne, eigentlich nicht, also nicht, wenn man so sonst an den Zeit denkt. Ja, aber vor allem, und da sind wir bei dem Punkt, ich bin ja zum Beispiel kein Allianz-Spieler, Werkspieler sowieso nicht und Dunkeleisen-Zwerg-Spieler schon erst recht nicht. Und im Patch 9.2.5 kommt halt auch eine Questreihe für Dunkeleisen-Zwerge rein, die einen Mount bringen, das Mount wiederum scheint für alle zu sein. Das kann man sogar als Horde-Chart anscheinend benutzen. Ja, würde ich noch abwarten, ob das so funktioniert. Ja, genau, würde ich abwarten, anscheinend, ne? Anscheinend. Bislang tatsächlich so in den Daten hinterlegt, dass es jeder benutzen kann. Es ist auch kein, in den Daten steht nichts drin, dass eine Restriktion dahinter ist. Bei anderen Sachen steht es halt schon. Zum Beispiel bei den Blutelfen-Paladin-Z, was neu kommt, da steht die Restriktion direkt drinnen. Auch wenn es jeder andere gerade machen kann. Also, es sieht schon sehr stark danach aus, dass dieses Reit hier für alle kommt. Und was mache ich gerade hin? Level mir halt einen Dunkeleisen-Zwerg hoch. Ich muss den erstmal freischalten. Dann habe ich den hochgelevelt oder level den jetzt hoch, damit ich halt die Quest machen kann. Ob ich den danach dann nochmal spiele? I don't know. Aber allein nur diesen Ansporn zu haben, cool. Ich level jetzt einen Ali hoch, ich level den Dunkeleisen-Zwerg hoch, ich schalte mir die Klasse frei, schalte mir gleichzeitig noch die Traditionsausrüstung frei, was ja auch cool ist. Erfolg und noch mehr T-Morg und so. Und ich habe halt einfach diese Aufgabe und finde es cool. Aber es ist doch auch schön, ich meine, es geht doch letzten Endes darum, das Spiel zu spielen. Und wenn Blizzard es mit solchen Aktionen schafft, dass ein Allianz da auch mal einen Blutelfen-Paladin anguckt und sich die Story der Horde ansieht, ein bisschen die Story in Silbermond ansieht und die Ghostlands, ja, dann ist das doch cool. Oder wenn die Dunkeleisen-Zwerge mal von Hortenspielern freigespielt werden oder mal die Heritage-Armor-Questline gespielt wird. Ich finde, so sieht man mal über den Tellerrand und ich sage mal, Blizzard hat viele coole Contents, die aktuell einfach auch brach liegen oder durch Fraktionsunterschiede gar nicht gesehen werden von den anderen, von der Hälfte der Spieler. Ja. Ja. Ja, vor allem, ich finde solche Sachen, gerade wenn es jetzt um den Parler, die da geht, ich finde sowas cool. Gerne höre ich das natürlich in verschiedenen Patchen. Also wenn man alles in einem Patch bringt, für jede Klasse Speck, ist das natürlich Quatsch. Sondern es muss schon irgendwie, wenn dann, ne, so lassen wir im nächsten Patch dann den Magier was haben und danach den Patch den Jäger was haben oder so, muss schon so sein, dass das ein bisschen getrennt ist, weil alles auf einmal wäre doof. Ähm, aber gerne natürlich für mehrere Klassen, wenn es denn passt und, ähm, die das da hinbekommen. Aber ich finde sowas genial, zum Beispiel wie damals Benediktus. Es ist einfach super cool, sowas zu haben. Ja. Also ich mag sowas gerne, ich hätte gerne mehr davon. Ähm, und auch gerne hinter... Jetzt immer noch. Ja, klar. Und wir hatten auch gerne hinter Restriktionen gepackt. Also wirklich, äh, du musst das und das und das und das und dann das und das noch und dann darfst du das machen. Finde ich prima. Finde ich cool. Ja. Ich finde, ich finde, es sollte nur wichtig sein, dass es im Spiel schön dokumentiert ist, wie du das machst. Genau. dass du jetzt nicht, ähm, dir alles zusammensuchen musst und, äh, dreimal nach links im Kreis, zweimal nach rechts im Kreis, aber das steht halt dann nirgendwo. Das ist so nicht, ne? Ich meine, ich feiere natürlich, dass das Stoff ist für chromie.de. Da könnt ihr dann sowas immer nachlesen. Aber ja, da muss ich auch ein bisschen Kritik an Blizzard üben. Es wird von Blizzard nirgendwo stehen, was man alles brauchen wird, sondern sie werden halt typisch wieder sagen, ja, es gibt die Fansites, informiert euch doch da, ansonsten können wir nichts über Spiele, Inhalte, Quests oder sonstigen euch preisgeben. Das ist ein bisschen sad. Das ist wirklich sad, weil die haben so coole Inhalte, kommunizieren diese aber nicht richtig. Das ist manchmal echt schade. Aber kommen wir zurück zu Inklusion, weil das ist eigentlich ja dann gar nicht so viel Inklusion, sondern einfach Spieleinhalte, die auf Restriktionen geknüpft sind. Was würdest du sagen, oder was ist dein Top, von mir aus deine Top 3, wenn du drei Sachen weißt, oder das Beste einfach nur, an Inklusionsinhalten-Features, die World of Warcraft gebracht hat oder die es halt gerade hat? Okay. Kriegen wir nochmal einen Bumper? Warte. Die Top 3 Inklusions-Features. So. War gut, ja. Also, mein Platz 3. Mein Platz 3 auf jeden Fall. Ah, ich überlege, ob es noch Platz 2. Nee, ich nehme... Ah, warte mal kurz. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ich muss es kurz sortieren. Die Frage kam überraschend. Echt jetzt? Es war doch jetzt schon die 30 Minuten lang klar. Also, mein Platz 1 ist auf jeden Fall klar. Und ich überlege gerade, wie ich den Rest sortiere. Du kannst ja mal anfangen mit deinem Platz 3. Mein Platz 3? Ey, shit, jetzt habe ich gar nicht... Ich wollte, während du jetzt redest, mir darüber Gedanken machen, ne? Das war jetzt halt der Trick gewesen, ne? Das ist cool, wenn man die Frage zuerst stellt. Ihr seht, wir haben kein Skript für diesen Podcast. Nein, Quatsch. Wir quatschen, ihr freie Schnauze. Könnten wir auch mal so nennen, ne? Nein, ähm... Ich weiß nicht, ob ich eine Top 3 zusammenkriege. Also, im Gesamten... Ich kann es auch nicht abstufen. Und vor allem möchte ich ganz klar bemerken, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt ausspreche, werden so schnell Kommentare getippt, dass die Erdgeschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit der Erde um die Sonne nicht ausreichen würde, um das zu messen. Ähm... LFR. Ja, ich habe diese drei Buchstaben ausgesprochen in einem positiven Aspekt. Balow wird gleich um die Ecke kommen und mit einem Todesritter mir, äh, seinen Klassenblock um den Kopf schnalzen. Da sind zwei Augen drauf, auf diesen LFR. Einerseits muss ich sagen, der LFR ist einfach ein Feature, das gut ist in Sachen Inklusion. Ja, definitiv. Es bringt wirklich sehr viele Leute dahin, dass sie zumindest den Raid sehen können einmal. Momentan bringt es sehr viele Superspieler, also Spieler, die eigentlich echt gut spielen und niemals den LFR vonnöten hätten da rein, um Tearsets-Teile zu bekommen. Ähm... Aber an sich, in Sachen Inklusion, finde ich den LFR sehr gut. Ob der LFR was kaputt gemacht hat in World of Warcraft, was ja seit Raw of the Lich King eigentlich kommt und immer wieder gesagt wird und, und, und. Also ich rede jetzt LFR generell, zufällige Dungeons, ähm, zufällige Schlachtfelder sowie zufälliger Schlachtzug. Ja, bin ich auch der Meinung. Da bin ich auch einer dieser Typen, der sagt, ja, es hat irgendwo einen Knicks in WoW gebracht. So einen kleinen. Mittlerweile. Der ist, der ist gut mit Patix zugeklebt worden. Ähm, vor allem ist der damit verschwunden, dass ich sage, ich bin älter geworden. Ähm, ich hab mich mit dem Spiel zusammen verändert. Das Spiel ist anders geworden. Ich bin anders geworden. Ähm, und ja, damals war es halt ein bisschen dope, wenn man bedenkt, so, man hatte diese, man kannte sich auf dem Server, man hatte seinen Ruf auf dem Server oder einen schlechten Ruf auf dem Server. Man, man, man wusste, wen kann man mitnehmen und, 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 und. Und damit ging sowas natürlich ziemlich in die Brüche. Diese, ja, dieser Zusammenhalt, ich weiß nicht. Ich glaube, da kann ich jetzt 20 Minuten ausholen. Aber jetzt, jetzt musst du mal überlegen, du bist jetzt zum Beispiel jetzt jemand, der, ich sag mal, sozial zum Beispiel ein kleines Problem hat. Das ist ja, ich sag mal, sozial, äh, ich sag mal, behindert jetzt zum Beispiel, ja. Jemand, der einfach nicht so auf Menschen zugehen kann, der sich vielleicht nicht so gut ausdrücken kann, der Schwierigkeiten hat, menschliche Kontakte zu knüpfen, ja. Ja. Der wird immer Schwierigkeiten haben, eine Gilde zu finden, der wird Schwierigkeiten haben, in einem LFR-Channel, sich mit Gruppen zu arrangieren und so weiter. Und für den ist halt die Gruppe für den Dungeon nur ein Klick entfernt. Ja, genau. Und deswegen sage ich auch, im Thema Inklusion ist das Ding eine Bombe. Also wirklich die Bombe schlechthin. Damals, also ich würde mich auch heute nicht mehr zu den Kritikern dazu zählen. Heute auf gar keinen Fall mehr. Damals schon. Als er gekommen ist, schon. Habe ich ihn benutzt damals? Ja. Habe ich. Habe ich definitiv. Kataklysm-Raidfinder habe ich besucht. Mit meinen Twinks, ne, ich weiß, mit meinem Todesritter war ich aktiv am Raiden, NHCHC. Mit meinen Twinks bin ich im Raidfinder gegangen. Also ich war einer, der darüber gemeckert hat, definitiv. Also was heißt gemeckert? Kritisiert hat, definitiv. Aber ihn auch benutzt hat. Schon mal ganz scheinheilig von meiner Seite aus. Und wie ich gerade schon gesagt habe, dieser kleine Klicks, der da irgendwie entstanden ist, der ist mit Patex richtig gut zugeklebt worden. Und ich glaube, er war vonnöten. Und ich glaube, er ist ein Teil, warum World of Warcraft nach 18 Jahren immer noch erfolgreich ist. Das denke ich auch. Übrigens wäre das mein Platz 2 gewesen. Echt? Krass. Ja. Okay. Also der ganze LFR, also wie ich jetzt auch meine. Das gesamte Gruppensucht. Okay, okay, okay. Ja. Mir fällt jetzt gerade, also, und auf Top 1 würde ich jetzt direkt definitiv eigentlich sogar die Schöpfungskatalysator-Konsole reinpacken. Das ist Platz 1 für mich. Nee, die wäre bei mir auch eher so bei 3. Okay. Ich finde die klasse, weil die halt alles inbegriffen hat. Transmog für jeden. Jeder kann aufholen. Catch-Up-Mechanismus. Ja. Bad Luck Protection. Da steckt einfach alles drin. Und sehr viel Potenzial auch für die Zukunft. Gut, dann deine. Schieß los. Auf Platz 1. Ja, oder 3. 3 ist Schöpfungskontrolle. Okay, 2 ist LFR. Jetzt 1. Warte, bin ich mal gespannt, ey. Ja, Platz 1 ist tatsächlich zwei Features, die ich jetzt mal zu einem zusammenfasse. Obwohl es frech ist, weil sie eigentlich nur so bedingt zusammengehören. Aber zusammen ergeben sie halt eine sehr schöne Konstellation, die sehr freundlich ist für benachteiligte Spieler. und zwar Chromie-Zeit und Quest-Synchronisation. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, so können nämlich einfach alle Spieler alle Inhalte auf einem vernünftigen Level miteinander nochmal neu erfahren. Du kannst dir jemanden suchen, der dir hilft. Du kannst mit jemandem zusammen questen, auch wenn er diese Quest schon gemacht hat. Ist völlig egal. Mit der Quest-Synchronisation kann jeder jeden Inhalt in World of Warcraft, also jetzt Entschuldigung, jeden Quest-Inhalt und Level-Inhalt in World of Warcraft nochmal erleben und quasi assistet mit jemand anders. Da gibt es ja sogar noch so ein Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, dieses Feature, dass du dich als Neulings Ja, das Mentor-System. Mentor-System, genau. Das gibt es ja auch noch und da kannst du quasi mit jemandem zusammen das erkunden und kannst halt, wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwie Quest-Texte zu lesen oder wenn du Schwierigkeiten hast, Quest zu erfüllen oder sowas, weil du halt einfach vielleicht ein Problem hast, körperlich oder geistig, dann kannst du das trotzdem mit jemandem machen und kannst World of Warcraft erleben. Ich glaube zwar, dass es eins der, also von den drei Features, die wir jetzt so hier wo wir mainly sprechen, eins der am wenigsten genutzten, aber vom Impact muss ich sagen, hast du völlig recht, ja, vom Impact muss ich sagen, hast du recht. Weil wir auch aus einer privilegierten Position heruersprechen, da muss man auch an der Stelle sagen. Deswegen hatte ich das auch nicht, weil ich, für mich ist es, die Quest-Synchronisation und die Chromitime-Feature ist für mich ein Ding, was ich definitiv noch angehen will. Das ist ein großes Projekt, was ich noch machen will. Ich möchte nämlich ein einziges Mal nochmal schaffen, mit meinem Magier oder mit irgendeiner Klasse, die ich mir dann aussuche, noch einmal von ganz, von vorne anzufangen, ohne dass ich einen neuen Schar erstellen muss, sondern wirklich mit, wie ich es ja auch schon im letzten Sabaton, im Januar gemacht habe, mit diesem Time-Level-Stop, weil den musst du noch mit reinzählen, den Level-Stop, den musst du mit reinzählen, weil ohne Level-Stop geht's nicht. Ja, sonst musst du halt einen neuen Schar anfangen, dann nach dem Madon. Genau, 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 weil du drüber hinaus, na, weil du drüber hinaus levelst. Aber ich möchte es definitiv noch irgendwann mal mit einem Char machen, einfach wirklich Classic, Burning Crusade, Roll of the Dead und bis durch, bis Shadowlands, möchte ich einmal durchmachen mit einem Char am Stück, der macht nichts anderes, der macht nur das. Und wir gucken halt, A, nochmal Geschichte für mich aufzuholen und vor allem, wie lange braucht man und sowas. Und deswegen habe ich da im Hintergrund, für mich ist dieses Feature so, ich kann WoW noch einmal neu erleben. Diesen Inklusionsgedanken dahinter hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, hast du, hast du den Loremaster? Mir fehlt noch ein einziges Gebiet. Aber ich habe den Loremaster jetzt komplett, die letzten, weil ich habe ja unterschiedliche Battlet-Accounts gehabt und deswegen hatte ich den Loremaster nicht, weil ich halt auf unterschiedlichen Accounts meine unterschiedlichen Chars hatte und dadurch die Erfolge leider nicht hatte. Und ich habe jetzt in dem letzten halben Jahr, boah, ich weiß nicht wie viel, ich habe Mist of Pandaria dazu geholt. Ich hatte noch offen Sachen in Wrath the Lich King und ich hatte noch Sachen offen in Burning Crusade. Und das habe ich alles jetzt mit Chromie-Time gemacht, weil es ultra angenehm ist. Das sind die drei Sachen, die ich als erstes fertig hatte. Ja. Ja, aber mir fehlen auch nur noch, ich glaube, mir fehlt ein bisschen was aus Leech-In. Nee, ich glaube, Leech-In auch nicht mal. Mir fehlt, glaube ich, nur BFA und ich glaube, ein bisschen was aus Kataklösen, also aus den alten Gebieten, die erneuert wurden. Ja gut, da hatte ich ja schon durchgehend meinen Account. Seit WOD habe ich durchgehend den Account, den ich jetzt habe und davor hatte ich halt andere, deswegen fehlt mir das halt da. Weil ich, na gut, Meister-Länder hatte ich eh immer aktuell, damals zu dem jeweiligen Zeitpunkt, nur halt heute auf meinem Main-Account nicht mehr, leider. Aber gut, dann bin ich bald fertig. Aber dafür finde ich halt das Chromie-Time saugeil. Was mich interessiert für unsere Hörerinnen und Hörer, habt ihr irgendwelche Features, wo ihr denkt, das hilft auf jeden Fall benachteiligten Menschen in World of Warcraft klarzukommen? Schreibt das mal in die Kommentare, das war auf jeden Fall mal interessiert so. Was vielleicht noch andere Ideen ist. Ich meine, so wie ich jetzt hier diese Chromie-Zeit und den Level-Sync hatte, die hatte Marcel gar nicht auf dem Schirm an der Stelle. Vielleicht haben wir andere Sachen auch noch gar nicht auf dem Schirm. Dann schreibt uns das mal rein. Wir würden auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Auch gerne hier die Einladung an euch. Seid ihr ein benachteiligter Spieler? Wir wollen euch nicht ins Lampenricht trinken oder sonst was, wenn ihr keine Lust darauf habt. Aber seid ihr ein benachteiligter Spieler und habt eben solche Features, die euch extrem helfen oder sowas. Wir würden vielleicht auch gerne mal mit euch darüber reden, wenn ihr Lust darauf habt. Schreibt doch einfach mal wie gesagt in den Discord, in den Kommentaren oder sonst was dazu. Schreibt uns direkt an. Ihr kennt uns ja auf dem Discord. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren. Weil, wie du gerade schon sagst, du kannst es gar nicht so auf dem Schirm haben. Geht gar nicht. Keine Chance. Da kannst du dich noch so oft versuchen, da rein zu versetzen. Du bist, du hast, bist privilegiert. Ganz einfach. Es sind vor allen Dingen auch vielleicht kleine Features, die uns halt gar nicht auffallen. Genau. Weil wir sie halt so hinnehmen und für andere Leute, die sagen sich halt, ja, ohne dieses Feature könnte ich World of Warcraft gar nicht spielen. Ja, ja, ja. Verstehe ich voll. Deswegen, da gerne melden, wenn ihr, ne? Also da wirklich, wirklich gerne mal Feedback geben. Da hätte ich wirklich Lust drauf, was zu lesen. Ob es da vielleicht doch Sachen sind, die wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Ja. Aber zum Chrometer im Future. Was mich halt, ähm, echt gewundert hat, ich hab das Ganze in einem Sabaton gemacht, also wo ich, wo ich ja durchgehend gestreamt hab, das waren noch 30, 32 Stunden. Und da haben wir ja komplett einen Jäger, meinen Main-Jäger gerade eben tatsächlich sogar, durch War of the Lich King, durch die mir fehlenden Zonen da noch durchgeballert. Und wenn ich bedenke, wie viel Zeit ich gebraucht habe für Boreanische Tundra. Ja. Was war's noch? Ich kann mich gerade nicht erinnern, welche Gebiete ich hätte gemacht hab. Ich hab die Boreanische Tundra gemacht, ja. Ich hab die Sturmgipfel gemacht, ja. Ich hab die Eiskrone gemacht. Hab ich nicht auch, ne? Das Trollgebiet dauert doch sehr lange. Grizzly Hills hatte ich fertig, nein, das war nicht mit drin. Ich glaub, Zuldrak hatte ich auch gemacht. Ja, genau, Zuldrak war mit drin. Und ich habe es in diesen 30 Stunden nicht geschafft, in Eiskrone fertig zu werden. Ich hatte die Boreanische Tundra, ja, ich hatte die Sturmgipfel fertig, ich glaube Zuldrak, aber Eiskrone nicht mehr geschafft. Ne, und Zuldrak war ich fertig. Nein, nein, Zuldrak war ich schon fertig. Das waren nur die drei Gebiete und ich hab's nicht geschafft. Und ich hab Gas gegeben. Also es ist auch generell so, egal, egal wo du levelst, fast, du schaffst es vielleicht ein Drittel Add-on, höchstens Quests. Nein, nein, ich hab ja mit Levelstopp drin gehabt. Ich hab Levelstopp drin gehabt. Ich hab's von der Zeit her nicht geschafft. Ach so, ja. Und ich mein, ich kenn alle Quests. Ich musste jetzt nicht noch nachlesen, gucken, nochmal Quest-Text lesen. Gut, ein, zweimal Quest-Text und nach 27 Stunden war schon mal drin. Ja, da war man müde. Aber ansonsten musste ich, kenn ich alle Quests. Ich flieg sofort hin. Ich hab auch Fliegen direkt gehabt, hat man damals nicht gehabt direkt, außer du hattest den Kaltwetterflug an deine Twings geschickt. Ähm, aber ich kannte mich halt aus. Ich kannte die Gebiete und, und, und. Und ich hab's zeittechnisch nicht geschafft, nicht mal die Hälfte des Add-ons zu leveln. Das ist brutal. Wenn ich an Shadowlands denke, ja, da mach ich dir in 30 Stunden zweimal, dreimal das Gebiet fertig. Das ist hart, ne? Das ist wirklich hart. Ja, ist tatsächlich, wenn man das so im Vergleich sieht. Auch Battle for Azeroth mach ich dir, glaub ich, zweimal fertig. Battle for Azeroth ist auf jeden Fall mehr als Shadowlands, rein questtechnisch gesehen. Es ist definitiv mehr, gerade wenn man die Kriegskampagne dazu macht, die wirklich, ja, auch nochmal on top viel mitgegeben hat. Ähm, obwohl, ne? So viel mehr würde ich gerade gar nicht sagen. Doch, doch, doch. Es ist ein bisschen mehr, aber nicht doppelt. Nicht doppelt. Nee. Wenn ich jetzt Legion dann mit vergleiche, Legion ist ungefähr, ungefähr BFA. Nee, genau, es ist ungefähr BFA. Warlords of Draenor war da schon wieder, nee, war auch nicht so viel. War auch so Legion-Style, aber genauso. MOP war mehr, definitiv. MOP war richtig viel, Cataclysm war jetzt nicht ganz so viel, aber War of the Lich King, Burning Crusade, allein nur im Netasturm, wenn ich dran denke, im Netasturm noch immer Meister der Lernste machen, was ich ja definitiv machen will, ähm, ja. Ja, ja. Also wenn man mal Warlords of Draenor und Battle Crusade mal so ein bisschen vergleicht, das ist ja ungefähr so ein bisschen vergleichbar, was die Größe angeht, aber dann ist die Questdichte in Burning Crusade doch deutlich höher. Deutlich, 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 deutlich. Ja. Aber um einiges, vor allem wenn du mit den Nachteilen damals rechnest, so von wegen, kein Fliegen, hattest du in Warlords of Draenor auch nicht am Anfang, das stimmt. Ähm, aber du bist in Warlords of Draenor, sag ich mal, wenn du durch Mobs durchreiten wolltest, bist du danach geinvestert, was ich weiß, hast du dir abgeschüttelt. In Netasturm machst du ja dann halt nicht so einfach, weil da rennst du durch Mobs durch und bevor du irgend schaffst, irgendeinen Invis zu ziehen, bist du tot. Ganz einfach. Und in Warlords of Draenor haben sie eine bessere rote Linie, was den Questfaden angeht. Oh ja. Während du in Burning Crusade doch nach, ich sag mal, ab Mitte Höllenfeuer zu der Erde, bist du relativ frei darin, wo du hingehst. Ja gut, du kannst halt Sangamarschen Nagrand auswählen, nach Nagrand, ähm, Felder von Terokar, genau diese drei sind ungefähr auf dem gleichen, Nagrand ist ein bisschen höher, dann, ähm, Na gut, aber du kannst dich groß wechseln in Warlords of Draenor, ne? Du hast diese Fahrten. Nein, 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 da kannst du auch wechseln. Da kannst du auch wechseln. Da kannst du ganz frei entscheiden. Da konntest du fast ganz frei entscheiden, ob du Talador, Galakrond oder, äh, nicht Galakrond, ähm, oh, wie heißt das Gebiet? Wie heißt das Gebiet oben, wo die schwarze, wie heißt das? Ja, Demenz kickt gerade, sorry. Ähm, das konntest du wählen. Gorgrond? Gorgrond, genau. Du konntest die beiden wählen, dann Spitzen von Arak und, oh, war dann so ein bisschen dazwischen und dann gab's das Endgebiet Nagrand. Schattenbundtal? Schattenbundtal und Frostfeuer war der Anfang jeweils für Horde und Allianz. Ja, ich hab gern Allianz da gespielt in Draenor, keine Ahnung. Mach es, mach es. Eins der, also ist Top 5 meiner schönsten Gebiete in gesamt World of Warcraft und tatsächlich eine der schönsten Questerfahrungen, die ich jemals hatte. Okay. Also da schwärm ich heute noch von und ich liebe es. Ich bin gerne noch in der Allianz-Garnison, weil die Allianz-Garnison ist um einiges schöner als die Horde-Garnison und die Quest, gerade wenn du, ähm, wie ich ja, ähm, einer bist aus Burning Crusade und vorher und den schwarzen Tempel und all sowas, und auch geschichtsträchtig, wenn du das erste Mal auf den Tempel von Karabor zureitest, ja, ähm, ein Feeling, was sich umhaut. Und Schattenbundtal nachts, ähm, ja, also unglaublich. Ich, ich bin tatsächlich, ähm, in manchen Videos, wenn ich sie aufnehme und ich Gedanken sammeln muss oder so ein Shit, bin ich im Schattenbundtal und stehe dort rum und, ähm, gucke dann auf den Bildschirm. Das ist wirklich beruhigend. Das ist ein, ein, ein wunderschönes Gebiet und die Quest, ähm, die dort sind, nochmal, die Anfangsquest finde ich jetzt nicht so ganz geil, da rund um Katka rum und ein bisschen, äh, Gul'dan, aber da muss man ein bisschen drüber hinweg und sobald man da mit Katka durch ist und in die hinteren Gebiete kommt, ähm, unglaublich schön. Wirklich. Okay, okay. Das ist bei mir auf einer Stufe mit Geisterland und immer Sanktal und Tieresvoll. Also, Hammer. Hammer. Wirklich Hammer. Da finde ich bis heute echt doof, dass ich als Hordler mir nicht sozusagen so ein, ähm, Buffy für den Schlachtfeld abholen kann. Ich spiele jetzt eine Stunde Allianzler und dann das als mit meinem Hordechar erleben könnte. Das finde ich bis heute doof, muss ich sagen. Würdest du dieses neue Feature, was jetzt in 90, nein, in 905 nicht, aber was jetzt getestet wird oder werden soll demnächst mit der Allianz, ähm, würdest du sagen, dass das als Inklusionsfeature gilt? schon. Weil, ähm, ich glaube, sehr viele wollen, ich glaube, wenn das rauskommt, haben wir sehr viel mehr Allianzspieler. Sehr viel mehr. Viel, viel mehr, als wir es jetzt haben. Denn sehr viele Allianzspieler, die gerade eigentlich Allianz spielen wollen, können Allianz nicht spielen, aufgrund dessen, dass sie exkludiert werden in M+. Also wenn ich das jetzt richtig mit diesem, ich bin die Fachbegriffe, ihr kennt mich, da bin ich nicht euer Mann für. Aber ich würde sagen, sie werden exkludiert, oder? Weil dort weniger aufgeht. Naja, sie haben halt, es ist halt schwieriger, ne? Genau, es ist schwieriger. Aber es ist in höheren Kisten, also da müssen wir ganz klar sagen, 15 aufwärts ist es verdammt schwierig. Also wirklich verdammt schwierig. Ich spiele ja auch aktuell gerade einen Allianzler. Ich muss sagen, Dungeons aufgehen, also beim Leveln, ist unglaublich fast bei Allianz, um einiges schneller als bei der Horde. Weil vielleicht gerade schon viele sich denken, oh, jetzt spiele ich einen Allianzler hoch. Ähm, aber obenrum wird's echt dünn. Da wird's wirklich dünn. Umso höher es geht, gerade auch Schlachtzüge, ähm, Weltbossgruppen und so. Ich hab ja viele Allianzler Freunde, Bekannte, und die erzählen es mir immer wieder, wie schwierig es ist. Ähm, auch bei Horde wird zum Beispiel schon schwierig, oben in den Sandgebieten von, ähm, Tariff Mortis, schon Gruppen aufzukriegen für die Horde. Und die Allianz sagt, es ist schwierig, sonntagsabends zum Beispiel vielleicht einen Weltboss noch aufzumachen, da lacht die Horde drüber. Du kriegst immer. Ich hab sogar mittwochs morgens, ähm, noch mitten in der Nacht, bevor die ID resettet wird, mach ich eine Gruppe für ein Worldboss auf und da sind genügend. Immer. Ja. Allianz nein. Im Schlimmsten Fall wartest du fünf Minuten. Genau. Allianz nicht. Ähm, und dann auch Random Raids. Man hat auf der Horde schon Schwierigkeiten, sag ich mal, ein Schloss Nafria AV-Run oder sowas noch zu machen. Ähm, auf der Horde-Seite kriegst du das hin. Ähm, weiterhin Twitch, wir machen's selber ja auch bei uns. Wir bieten ja, oder was weiß ich, wir bieten ja an, Randy Farm zum Beispiel. Der verrollt ja immer Keys 15er, dass ihr da mitkommt und er macht das nur auf der Horde-Seite, weil er halt auch, er ist übrigens auch eigentlich ein Allianz-Spieler. Hat halt einfach nur für, auf Allianz da keine Chance gesehen, das auf Twitch zu machen und ist deswegen Horde gegangen, by the way. Ähm, war ja hier auch schon mal im Podcast und der macht das nur für Horde. Und auf der Allianz-Seite gibt's in Sachen M+, Verrollen an den Chat oder sowas, vielleicht fünf Prozent? 95 Horde, fünf Prozent Allianzer, die das anbieten? Also, da ist schon ein Riesengap zwischen, würde ich behaupten. Und deswegen finde ich es schon irgendwo eine Sache inkludierend, weil du viel freier in deiner Auswahl bist, ohne, ähm, Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Das hat jetzt natürlich nichts mit der körperlichen oder sonstigen Behinderung oder sonst was zu tun, aber du bist freier in der Entscheidung. Und glaub mir, ich hab beim Leveln meines Dunkeleisenzwerges jetzt, ähm, richtig Spaß an, ähm, Allianz gefunden. Und wir machen ja auch gerade momentan, immer wieder jetzt, momentan pausieren wir wegen Patch 9.2, machen wir im Stream, ähm, den Chromie.de-Charakter. Eine Gnomin-Level war hoch, die ist übrigens in Worlds of Draene, die macht gerade ihre Garnision da im Schattenmond-Tal. Und ich werde viel mehr Spaß haben, diese Chars zu spielen, weil ich weiß, ich kann den Chromie.de-Charakter dann nehmen, in unseren normalen N-Plus-Läufen, wenn wir mit Valaveron oder sonst was laufen. Und, ey, ich komm mit meiner Chromie-Magier im Rennen mit. Ich freu mich da drauf. Unglaublich. Ja. Ja, ich möchte noch als Disclaimer mal vorweg schicken, ne? Uns ist schon bewusst, dass, äh, gerade der Begriff Inklusion eigentlich eher mit, äh, Mensch mit Benachteiligung und Behinderung, ähm, in Verbindung gebracht wird. Aber wir fassen das hier jetzt, ohne es despektiertisch zu meinen, einfach ein bisschen weiter und wollen generell sozusagen die Ausgrenzung von Spielern aus der Gemeinschaft, aus Aktivitäten so ein bisschen thematisieren. Deswegen nicht wundern. Uns ist bewusst, dass das ein sehr heikles Thema auch gerade für Leute sind, die da betroffen sind. Ähm, wir fassen es absichtlich ein bisschen gröber heute. Besser seht uns das nach. Ja. An der Stelle. Aber wie gesagt, ähm, ansonsten ist natürlich jetzt so Inklusion, ähm, es ist halt schwierig herauszufinden, was ist mit WoW alles Inklusion oder Exklusion. Haben wir was in Sachen, im Thema Exklusion? Würdest du, hättest du eine Sache, wo du sagst, in World of Warcraft, das ist Exklusion? Da werden wirklich Spieler ausgeschlossen? Oder mit Benachteiligung ausgeschlossen? Fällt dir da rein? Ja, naja, was heißt, mhm, also ich meine, man bemüht sich ja jetzt mittlerweile sehr viel Quests und Dialoge zu vertonen, aber ich sag mal, du hast trotzdem noch 95% Text Anteil an der Quest und das ist für Leute mit, äh, diese Rechtschreibschwäche unter Umständen ein Problem. Vor allem, was halt echt traurig ist, aber man muss Blizzard da auch leider verstehen, es gab ein Add-on bis in Legion, in Legion wurde es dann halt von, ähm, Blizzard einkassiert, die API, ähm, was jeden Quest Text vorgelesen hat, tatsächlich, jeden, mit, äh, dieser Google Mechanic oder was, keine Ahnung, ne, Google hat das, glaube ich, dieses automatische Vorlesen entwickelt oder, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gab es eben dieses Add-on und die ist halt wirklich jeden Quest Text vorgelesen. Ähm, war sofort extremst beliebt, das Add-on, ich weiß auch nicht, ob es ein Legion, aber ich meine, bin mir, dass ich meine, das war Legion und, ähm, das war auch sehr beliebt, ich hab's auch gefeiert, ähm, und wurde aber einfach von Blizzard gecatcht, weil die Begründung, aber ich krieg's hier nicht mehr haargenau hin, die Begründung war, dass, ähm, ein zu sehres Eingreifen in Dingsbums, irgendwas, was tatsächlich auch so ist, sie haben's auch gesagt, sie finden schade, sie müssen's aber machen, ähm, und sie müssen diese, diese Schnittstelle auch zumachen, ähm, was halt sehr schade ist, ne, das ist halt wirklich sehr schade, weil das hat halt so viel gebracht eigentlich und, dass sie anstatt nicht den Typen genommen haben, ey, du bist jetzt eingestellt, hier kriegst du noch zwei Mann, bring es uns einfach in World of Warcraft. Die brauchen dann halt noch Synchronsprecher und so, natürlich ist das nicht so easy gemacht, ne, da sind Synchronsprecher dann dahinter, die unterschiedlichsten, ähm, Sprachen dann natürlich auch und so, ne, aber, ja, Ja, das ist, aber das sehe ich tatsächlich als die größte Hürde, die auch, glaube ich, viele Menschen betrifft, von denen man das gar nicht glaubt. Ja, glaube ich auch, glaube ich auch, aber, glaubst du, dass es heute noch so viel genutzt wird? Was meinst du, wie viele Prozent skippen einfach nur noch und annehmen, weil es wird ja eh alles auf der Map angezeigt, wo musst du hin, die Stars, die kleine, der kleine Dreiteiler reicht da, ne, töte das, das, hole das, das. Glaubst du, es lesen noch viele Quests? Ja, das stimmt, das ist sicherlich auch ein Feature der Inklusion, dass du halt eben die Questtexte nicht mehr zwingend lesen musst, sondern du hast halt auch sehr viel Hinweise grafischer Natur auf der Minimap und so weiter, ne, das stimmt schon. Ja. Aber dir entgeht natürlich auch ein Haufen von der Story, ne, und von der Lore, von der Geschichte, die ja auch, ich sag mal, ein unwesentlicher Teil des, ich sag mal, Gesamtkunstwerks ist. Ja, definitiv, definitiv. Also, ich meine, ich lese sie auch nur einmal und danach nicht mehr. Ähm, aber, und das ist was, was ich halt an Star Wars völlig gefeiert habe, da ist ja so gut wie alles vertont, ich glaub, da ist alles vertont. Ich glaub schon. Naja, die Maidquests auf jeden Fall alle, ja. Ja. Die Maidquests echt. Ich meine, eins und allein das Kampf- und Grafiksystem, so wie es in Star Wars ist, hat mir halt einfach nicht gefallen und hat mir nicht zugesagt. Aber ansonsten muss ich sagen, dass Star Wars ein echt fantastisches Spiel war, was Story bezogen und wie man sich dort entwickeln konnte, Charakterentwicklung, RP-Elemente und sowas. Und ich habe mir tatsächlich jede Quest angehört. Es war von wunderschön. Es war wirklich wunderschön, sich das anzuhören. Es war total cool und habe es sogar noch beim zweiten Charakter damals gemacht und mir das angehört. Und ich würde es bei WoW dann auch tun, wenn es denn da wäre. Ja, also der WoW-Killer der Woche ist offensichtlich Star Wars The Old Republic. Ja, genau. Bald auch auf eurem Stream. Nein, Spaß. Nein, ich würde es gerne noch mal aktuell spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich es wirklich ein durchaus schönes Spiel finde. Nur das Kampfsystem hat mir halt überhaupt nicht gefallen, wie die Attacken und sowas sind. Das passt da einfach für mich überhaupt nicht. und die Animation. Ich weiß nicht, ich finde es, die Comic-Grafik macht es in World of Warcraft halt einfach einfacher. Noch ein Thema der Inklusion, oder? World of Warcraft ist bislang eigentlich ein Spiel, abseits von New World, Final Fantasy oder so, was immer noch auf den, ja, ich sag mal noch schrottigsten PCs lief. Ja, wobei sie auch ganz schön angezogen haben in letzter Zeit. Ja, mussten natürlich. Aber ja, ich stimme dir zu, also gegen andere MMORPGs ist das schon deutlich. Also wenn jetzt Lost Ark nimmst, Final Fantasy nimmst und New World nimmst, das sind jetzt so die aktuellsten gerade, Da hat, glaube ich, da kannst du World of Warcraft noch auf der krüppeligsten Möhre spielen. Definitiv. aber das liegt ja auch ein bisschen in der Natur der Sache, ne, an der Stelle. Also gerade Lost Ark und New World sind halt einfach auch neue Spiele. Ja, grafiktechnisch natürlich sehr auch fein, gerade in New World. Ja, da sind auch schon hochqualitative, was Grafik angeht, ne. Ja, natürlich. Das ist ja auch unbestritten, aber es, WoW ist, du spielst WoW halt nicht hauptsächlich wegen der Grafik. Nein, nein. Doch, ja, ich schon. Schon, schon, schon auch. Die Grafik hat ja den Vorteil durch ihre Comichaftigkeit, ne, altert sie halt total gut. Wenn du dir jetzt mal zum Beispiel anguckst so ein Spiel wie, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Zelda The Windbreaker. Ne, das ist kein einziges Zelda-Spiel. Kein einziges. Nein, das ist so ein Zelda-Spiel, das war so, so, ähm, Cell-Shading-Look. Also, da haben sich alle super krass drüber aufgeregt, Anfang der 2000er. Was das soll und das ist nicht mehr mein Zelda und nö, nö, nö. Wir wollten sowas haben wie Ocarina of Time, ne. Das war so ein bisschen realistischer. Ja. Und ich sag dir heutzutage, könntest du Wind Waker, beziehungsweise es gab auch ein HD-Remake auf der Wii U, das kannst du so wieder rausbringen und das Spiel sieht absolut Bombe aus. Wohingegen alle anderen Spiele, Twilight Princess, was danach kam, einfach nicht so schön aussieht. Auch selbst, wenn du es remasterst. Ja, ne, verstehe ich halt. Command & Conquer. Ja, genau. Verstehe ich voll. Also einfach. Command & Conquer, easy. Kann ich heute noch den ersten Teil spielen und bin grafiktechnisch nicht im Eimer. Wenn ich zum Beispiel, ich hab letztens mal Destruction Derby von der Playstation 1, ja. Du erkennst halt nichts. Also wirklich jetzt, ohne Quatsch, ohne zu übertreiben, ich habe das Auto nicht erkannt. Ja, ja, es ist halt tatsächlich so. Also du, je realistischer, desto schlechter altert das auch alles so ein bisschen, ne. Ja, aber trotzdem ist es ja ein Thema der Inklusion, muss ich sagen, weil es ist natürlich, das ist ja doch so, also die Frage jetzt, das ist doch soziale Inklusion, denn es gibt ja nun mal sozial schwächere Gestellte, die sich jetzt nicht High-End-PC immer wieder aufrüsten können oder, oder, oder. Und gerade wenn du es doch schaffst mit einer relativ billigen Mörder, also ich würde sagen, mit einem 400 Euro PC bist du definitiv dabei. 300 Euro. 300 Euro PC bist du locker dabei und kannst WoW spielen. Ob du natürlich flüssig raiden kannst, nein, wirst du nicht können. Du wirst im LFR definitiv Lags haben, ja, Grafik-Lags wirst du haben, da kannst du noch so die Sachen runterdrehen, du wirst da ein bisschen laggen. Ähm, wenn mal der World Boss neu da ist und da gehen 200, 300 Mann drauf und sind ganz viele visuelle Effekte, auch da wirst du deine Lags haben, aber du kannst World of Warcraft spielen. Kannst du damit New World spielen? Nein. Final Fantasy weiß ich nicht, aber ich glaube auch nicht tatsächlich. Ich glaube nicht, dass RAM-mäßig und so, grafikmäßig, dass das hinhaut, da brauchst du schon ein bisschen mehr, aber WoW ist halt schon wirklich immer, ja. Und ich finde, das ist ein Thema der Inklusion. Ja, ja, doch, das kann man doch tatsächlich mit der Begründung fürchte, fürchte tatsächlich mitgehen. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht so gedacht, aber mit der Begründung würde ich tatsächlich auch mitgehen. Ja, und das ist ja, wie gesagt, dieses Gesamtpaket, ne? Was, was glaube ich, den Erfolg, ich glaube, und das ist ganz vielen gar nicht so bewusst, aber ich glaube, gerade dieses Thema Inklusion und wo wir jetzt alles von gesprochen haben, jetzt nicht nur natürlich körperliche Sachen oder sowas, sondern diese ganzen Schwierigkeitsgrade, LFR, auch so sehr ihr alle es nicht wahrhaben wollt, aber ja, es wird so sein und ich war am Anfang auch so, na, aber gerade so was wie LFR, die Comic-Grafik, diese ganzen Inklusionsinhalte, Schwierigkeitsgrade und sowas, ich glaube, das ist alles eins der Dinge oder das Ding, warum, WoW 18 Jahre besteht und halt nach 18 Jahren ein Add-on rausbringt, was das am schnellsten, am besten verkaufte Add-on, PC-Spiel aller Zeiten ist, ne? Ja. Glaub ich, ganz stark, weil es eben für alle, für alle, wirklich für alle irgendetwas bietet und jetzt nicht nur inklusionstechnisch, sondern generell spielerschaftsmäßig, bietet es für alle etwas irgendwie auf irgendeine Art, ne? Und es ist immer aktuell. Ich weiß nicht, Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube, Lost Ark ist vorbeigezogen, ne? Lost Ark hat es, glaube ich, das bestverkaufte gewesen. Echt? Weiß ich nicht, weiß ich nicht, kann sagen. Aber ich kann dir sagen, Lost, wenn du jetzt mal auf Twitch gehst, siehst du halt nur ein Drittel der Leute Lost Ark spielen von denen, die WoW spielen, ne? Also, Nachhaltigkeit ist schon eine andere. Ja, vor allem, wie gesagt, das ist ein Spiel, was jetzt rausgekommen ist, ganz andere Hypewellen, bla, blub, ganz anderes Ding, WoW gibt es seit 18 Jahren. Gucken wir mal, wo Lost Ark in 18 Jahren stehend? Das ist ja jetzt schon dahinter. Also, im westlichen Bereich. Ja, aber gucken wir mal im Generellen, wie Lost Ark, kannst du es in 18 Jahren überhaupt noch spielen? Thema wie der PC, ne? Kannst du, kannst du in 18 Jahren noch das Spiel spielen? Oder ist, wie zum Beispiel, wir kommen ja auch aus der Command & Conquer Szene und da brauchst du eine mächtige Community, die es einfach ermöglicht, dass du das Spiel überhaupt noch spielen kannst, weil es einfach auf dem PC-System gar nicht mehr zu spielen ist nach 20 Jahren. Manchmal sogar weniger. Und kannst du in 18 Jahren, wenn jetzt zum Beispiel nach 5 Jahren vielleicht der Surface eingestellt wird und vielleicht gibt es da so einen Server, der halt die ganze Zeit noch läuft, wo du dann welche drauf können oder sowas, kannst du in 18 Jahren das Spiel überhaupt noch spielen? Das ist halt der Punkt, weil grafiktechnisch du irgendwie einen alten DirectX Shader, was weiß ich, was brauchst oder so ein Shit, ich hab keinen Plan davon. Das ist halt der Punkt, oder generell, wie steht in 18 Jahren, wie stehen diese Spiele? Wie sieht die Grafik aus oder wie erträgst du die Grafik in 18 Jahren von Final Fantasy? Das ist so ein Ding, wo ich bei WoW ganz klar sage, ja in WoW in nochmal 18 Jahren wirst du immer wieder meckern können, ja, es ist halt Comic-Grafik, wobei das ein Hauptgrund für mich ist, dass ich so spiele, aber wahrscheinlich werden die Modelle noch schöner sein, es wird immer ein bisschen besser werden und so, aber ich werde es in 18 Jahren wahrscheinlich auch noch grafiktechnisch zocken können und gut finden können, wohingegen andere wahrscheinlich nicht, sehr wahrscheinlich nicht. Ja, wobei ich Final Fantasy da tatsächlich so ein bisschen ausklammern würde, ich glaube, Final Fantasy's Grafik ist tatsächlich gar nicht so weit weg von Comic-Grafik. Ja, und ich glaube, denen sogar, die haben Engine technisch wahrscheinlich auch, die würden updaten. Die haben schon mal den Server gewibt, ich kann mir vorstellen, dass die es nochmal machen und noch ein Neu und mit Neuer Engine dann und so bringen, das kann ich mir bei Final Fantasy schon vorstellen. Bei anderen nicht, New World nicht. Ich glaube, New World kannst in 18 Jahren knicken, weil das kannst du dann einfach grafik, wie heute, wie gesagt, wir wissen nicht, was in 18 Jahren an Technik kommt. Wahrscheinlich sitzen wir alle nur noch mit einer VR-Brille oder wahrscheinlich nur mit einer ganz normalen Lesebrille, wo drin wieder das Spiel in unser Gehirn impliziert wird oder so, wer weiß. Wahrscheinlich wird das sowas sein und es ist, weil wirklich Quatsch, Destruction Derby, ich konnte das Auto nicht erkennen. Man konnte das Auto, nicht von der Straße unterscheiden. Das ging nicht. Gut, ich habe es halt auf einem 2K-Monitor gehabt, aber es ging halt einfach nicht und das ist halt wirklich krass und da weiß man nicht, wie ist es in 18 Jahren, in 20 Jahren? Ich meine, ich werde hier kleine, kleine Werbung, ich werde mir jetzt in den nächsten Monat, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin, werde ich mir wieder eine VR-Brille mieten und werde Videos machen für WoW in VR, weil es geht und es ist echt beeindruckend, was schon geht. Du kannst damit nicht raiden, du kannst keine Dungeons machen oder so, aber du kannst vieles machen tatsächlich und es ist echt extrem beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so ein Ding, ja. Aber ich denke mal, da wird sich auch noch viel tun. Also gerade zum Beispiel Microsoft, der neue Eigentümer von Blizzard, hat sich auch gerade im Bereich Inklusion sehr, sehr, sehr große Schritte gemacht. Die haben einen Xbox-Controller für Menschen mit Behinderungen gebaut, der sehr, 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 sehr geil ist. Der ist für grobmotorische Handlungen und so weiter. Ihr könntest ja einfach mal googeln. Schaut mal Xbox-Controller Inklusion. So, da gibt es auf jeden Fall was. Der ist halt so groß und ich kann das jetzt schwer beschreiben, aber die haben auf dem Weg auch sehr viel Forschung und Entwicklung und ich denke mal gerade dadurch, dass Microsoft jetzt ein neuer Inhaber von Blizzard ist, dass wir da auch noch viel, viel mehr sehen werden in den nächsten Jahren. Ja, das kann schon gut sein. Bei denen ist das wichtig. Ja, aber das ist auf jeden Fall ja, cool. Ich finde die Entwicklung dahingehend von Blizzard gut. Generell auch jetzt so die Umstrukturierung, die gerade so stattfindet und so was alles. Ein eigenes Team. Blizzard hat ein eigenes Team für Inklusion tatsächlich. Der Dame, der Teamleiterin, kann man auch auf Twitter folgen. Ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf. Ich folge ihr. sie geht auch sehr offen mit den Themen um, finde ich. Was sehr cool ist, was aber auch ja dann sein muss bei so einem Thema, finde ich. Dass sich halt Leute, die eben diese Inklusion brauchen, da auch melden können und offen kommunizieren können. Deswegen, ja, ich bin gespannt, was da noch auf uns wartet. Und ich finde es, also abschließend zu sagen, ich finde es geil, wie WoW das handhabt, trotz manchmal von den lauten Leuten wieder halt Kritik oder sonst was. Von mir aus kann nochmal ein Ashbringer zurückkommen, von mir aus kann die Artefaktwaffen zurückkommen, von mir aus kann die Drohne von Anquirei zurückkommen, also das ist das Classic Mount, das zum Gongschlag. Wie gesagt, zum Beispiel, wie sie jetzt auch T3 zurückgebracht haben, Schwarzmarkt, Auktionshaus und so, kann von mir aus alles zurückkommen, ihr habt damit gar kein Problem. Und alles soll für allen möglich sein. Ich habe meinen Spaß und meine Herausforderungen in den Dingen, die ich für mich tue und es reicht mir. Dafür ist es ein schönes Spiel. Ja. Ja. Ja, ich habe auch nichts mehr. Nö, ich auch nicht. Ich glaube, das ist mal du nicht. Ich bin leer. Nächste Woche, nächste Podcast, könnte ein ganz geiler Podcast werden, ist noch nicht ganz safe, aber da könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Ich spoiler jetzt nichts, ich wollte euch einfach nur heiß machen. Bin cool. Außerdem, wir haben da, glaube ich, in dem Podcast schon drüber gesprochen. Ich möchte jetzt euch nochmal fragen. Es sieht so aus, dass wir einen Partner gefunden haben für chromie.de, also auf der Website und für den Podcast und für Videos und sonst was. Und es kann sein, dass ihr dann jetzt, wenn ihr die nächsten oder übernächsten Folge von diesem Podcast hört, dass ihr erstmal einen netten, geilen Jingle von Mobi und mir hört, wie wir irgendetwas einsingen für euch an Werbung, wie man es bei anderen Podcasts zum Beispiel auch kennt. Und ich würde gerne eure Meinung zu haben. wer sowas findet. Entscheidend tun wir sowieso. Wir sind Diktatoren. Aber ich würde da gerne die Meinung lesen. Definitiv. Genau. Und für alle, die da gar keinen Bock drauf haben, geht auf chromie.de slash port. Dort findet ihr alle Angaben für Patreon und Co. und könnt dann den Podcast am Freitag schon werbefrei hören. Genau. Und damit sind wir durch. Ich würde sagen Tschüss, ne? Oder? Schreibt uns auf iTunes, lasst uns ein Like da und bis zur nächsten Woche. Ja, servus. Ciao, ciao. Ciao. Sind wir bei Hallo oder Tschüss? Ich verliere den Überblick.